Ich bin bei uns im Design-Team tätig. Ich mache Web-Designs, App-Designs, entwickle Konzepte und sitze gerne in Workshops mit drinnen und arbeite gemeinsam an Strategien für die Kunden. Es ist tatsächlich so, dass im Design mir oft Dinge auffallen, die den anderen nicht auffallen. Ich bin da ein bisschen verpönt als jetzt mein Adlerauge, also ich merke dann wirklich, wenn manche pixelgenauen Unterschiede oft und das ist wirklich was, was mich glaube ich auch ein bisschen ausmacht, einfach so diese Perfektion irgendwie, aber auch nicht zu sehr. Eben dieser gesunde Pragmatismus ist da auch mit dabei, also ich verliere mich jetzt auch nicht im Detail. Also ich war dazwischen einmal bei einer anderen Firma. Mein Weg bei der Netoral war ein bisschen on-off, sag ich jetzt mal. Ich habe bei der Netoral gearbeitet fünf oder sechs Jahre und bin dann vorübergehend gewechselt, war dann dort für ein halbes Jahr tätig und bin dann wieder zurück zu Netoral gewechselt, einfach weil die Netoral dieses menschliche Extrem ausmacht. Also die Kollegen, die man da hat, das ist nichts Selbstverständliches, sag ich jetzt einmal. Dieses Arbeitsklima, die Flexibilität, das Vertrauen, das auch die Netoral entgegenbringt. Wir Designer haben jetzt einen eigenen Raum auch gekriegt, so einen Fokusraum, wo man sich zurückziehen können, weil es ist ja trotzdem alles sehr durchsichtig bei uns, sag ich jetzt einmal. Und da haben wir eben diesen eigenen Raum bekommen, wo man sich zurückziehen können und wo man Konzepte entwerfen können, die man wirklich überall hinpinnen können, wo man die auch wirklich belassen können. Was mir ziemlich geaugt ist, dass alles möglich ist, wenn man es anspricht, weil die Netoral einfach voll die Mitarbeiter zu schätzen weiß und die er gehalten möchte. Deswegen schaut man, dass man da wirklich auf die Mitarbeiter zugeht und ich kann mir vorstellen, wenn man mal vorhat, irgendwie auch zu einem Monat abzuhauen, sag ich jetzt einmal, dann ist das auch etwas, was absolut dem möglichen ist und was ich tatsächlich auch irgendwann mal ausprobieren möchte. Was an der Netoral auch irrsinnig toll ist, dass wirklich der Mensch im Vordergrund steht mit seinen Lebens, sag ich jetzt einmal, unterschiedlichsten Lebenslagen, was auch immer. Man schaut einfach, dass es den Leuten gut geht und das steht wirklich immer im Vordergrund. Es klingt jetzt abgedroschen und wie irgendwie so ein Klischee, aber wir sind trotzdem irgendwie so eine große Family, zumindest kommt es mir so vor. Und es ist, und es kann jeder sich selber sein und sehr authentisch, authentisch leben, sag ich jetzt einmal.